So, ich heiße euch mit einem Leck... Hallo? Wieder da das Spiel, oder? Sollte, ne? Warte, mal kurz kurz gucken. Okay, okay. Playlist läuft nicht. Warum läuft die Playlist nicht? Wo ist die App? Okay, damit läuft die Playlist. So. Ach ja, da oben sind ja die ganzen... Monster. Wir sollten mal eben zum anderen Haus erstmal zurückkehren. Ja, genau, weil wir... Verschiedenes für den Enchantment-Table brauchen. Unter anderem ja auch noch Bücher, egal, das heißt Bambus. Aber wir brauchen auch noch viele verschiedene andere Sachen. Wie Obsidian, Diamant und so weiter. Was man halt alles dafür braucht, um einen Enchantment-Table zu craften. Ne? Vorher werden wir, glaube ich, nochmal kurz ein paar Level machen. Damit wir auch ein paar Level haben zum Zaubern, ne? Wisst ihr ja. Aber wir fahren erstmal mit der Bahnschwimung. Und ich frage mich, warum das Spiel gerne momentan ein bisschen leckt. Aber gut. So, angehalten. Wollen wir eben wieder gehen, gegen die da so irgendwie weg ist. Während die Playlist im Hintergrund dudelt. Da habe ich gerade zu der da hinten. Wir nehmen mal eben hier... Ich wollte schon gerade Reis sagen. Das ist natürlich Bambus mit. Hau mal hier noch Platz, ja. Was ich vielleicht in der Aufnahme-Session auch noch vorab, ist... ...in einen Dungeon zu gehen. Und ein zentrales Lager aufzubauen. Aber das weiß ich noch nicht, was genau und wie und das... ...müsste so vieles noch machen. So ein zentrales Lager wäre ja gar nicht so schlecht, glaube ich. Die Frage ist nur, wo? Okay, jetzt kommen wieder die schlauen Kommentare. Ein zentrales Lager, vielleicht zentral. Ja, ähm, das ist eine gute Idee. Aber wir gehen erstmal beden. Und schlafen darüber erstmal in der Nacht. So, ich trinke kurz mal einen Schluck. Ich weiß nicht. Hab gerade eine trockene Kehle. Und ich habe ja beim letzten Herdtutorial-Video, was ich gesehen habe... Ich weiß auch gar nicht, warum ich das überhaupt angestellt habe. Es war halt unter den Top-Videos von YouTube. Hab ich ja gesehen. Man soll viel Wasser trinken, dann wird die Haut gut. Und man soll sich nicht so viel rasieren. Denn dann wird die Haut gereizt. Gut, das mit Wasser trinken fand ich unlogisch. Aber, naja, gut. Soll er mal in der Herdtutorial, dass er Ahnung hat. Das ist ja mein bester Freund, kann man sagen. So. Warum eigentlich in den Dungeon, wenn euch das vielleicht mal so... Warum ich jetzt auf einmal in den Dungeon will. Nicht unbedingt, weil wir zu wenig Rohstoff haben oder so, aber... Oh, Spaß. Und wir sollten vielleicht bei mir ein paar Diamanten, könnte man eigentlich immer wieder gebrauchen. Und einfach so, ne? Mal ein bisschen Spaß haben im Dungeon. Ist ja auch mal ganz lustig. Ah, hier ist ordentlich was los. Ja, stirb. Tschüss, tschüss. Level up, würde ich sagen, aber... Sind hier noch mehr Monster? Och, wir warten. Wir haben Zeit, kann man sagen. Da ist doch schon noch das nächste Opfer. Wir haben uns eigentlich auch für eine Dungeon-Erkundung ausgestaltet, ne? Ja, definitiv. Nur die 25 Bücher und der Cobblestone und so, wir haben auch ein bisschen untergesteckt. Mit hinzunehmen. War noch schwerter, ja. Ui, ui, ui. Oh, ich bin gut. Warte, nee. Nee, wir machen jetzt erstmal folgendes. Wir müssen ja sowieso warten, bis der Bambus wächst, von daher. Naja, bringt ist, äh, ich werde nämlich nochmal den Bambus irgendwie, glaube ich, nochmal anpflanzen. Dann wächst der nämlich auch. Oder? Mach ich, fange ich den an. Mal gucken, ob ich Wasser finde in der Nähe hier. Ach ja, da vorne, vor dem Haus können wir das mal machen. Einfach damit der, während wir im Dungeon sind, wächst. Und dann können wir danach abbauen und so. Ne? Ich würde auch gerne, glaube ich, so, nur so lange, bis die Festplatte voll ist, aufnehmen. Ich weiß noch nicht. Weil ich gerne wieder aufnehmen würde. Ich habe nämlich heute gesehen, oh. Du hast ja nur noch eine Folge. Und dann habe ich mir gedacht, wird Zeit, dass man wieder aufnimmt. Für morgen hätte ich noch eine Folge, also für euch gestern. Die Folge ist noch aus der letzten Aufnahmesession. Ich weiß, dieses Mal ist wieder kein Gast dabei. Ich versuche das zur nächsten Aufnahmesession vielleicht zu ändern. Ähm, ja. Jetzt kommt wieder diese Trellermusik. Kann man da hin? Nee, kann man nicht. Aber hier so lang. Da geht auch nicht. Da geht, da geht das. Neu, der Sand. Dann machen wir, glaube ich, mal eben folgendes. Und tauschen den Sand gleich mal aus. Wir haben es ja einfach drauf und können das. Du, 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 du. Ich glaube, die Musik kann einen ticken. Warum ist Windapp schon wieder? Häh? Ich kapiere Windapp nicht. Also, warum es verschwindet? So, 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 denke ich, sollte das schon fast reichen. Einige meinten, die Musik war zu laut bei der letzten Folge. Naja, gut. So, so. Oh, wir haben keinen Druck mehr. Doch, haben wir noch. So. So, machen wir das auch mal. Ja, und da kann man ja dann sowieso... Oh, mein Eisenkohle. Mein Freund, mein Helfer. Und so weiter. Und dat war ein Nieser. Aber es gibt ja... Man kann ja mal schnell die Aufnahmetaste drücken. Ist immer sehr hilfreich. Ich kann mir natürlich auch muten, aber die Aufnahmetaste ist einfacher. So, das war gleich ein Doppel-Nieser nochmal. Naja, gut. Wir hätten sogar noch mehr im Angebot, was wir verpflanzen könnten. Da geht, da geht. Ich guck erstmal nur, wo geht. So, da geht, da geht. Wo geht, Junge? So. Wo geht die Party? Okay. Jetzt haben wir alles verpflanzt. Den Sonn brauchen wir den nicht so drin, glaube ich. Ach, dieses Schwein hier. Na, immerhin sind hier mal wieder ein paar Tiere. Auch mal in der freien Wildnis und nicht nur da, sondern ein Zuchtstall. So, einmal hier rein. Den lasse ich da jetzt faxen, wie er will. Dann müssen wir nämlich erstmal einmal nach oben gehen und unsere Taschen leeren, damit wir auch genug mitschleppen können in den Dungeon. Ich guck mal eben, dass wir auch ein bisschen verletzt haben. So viel Kohle brauchen wir, glaube ich, abhauen. Ich guck mal eben, was wir denn noch so haben, damit ich auch weiß, wie viel wir denn ungefähr brauchen. So, was haben wir denn hier? Kohle, okay. Aber Eisen haben zum Beispiel nur noch 48 und 7 Diamanten. Na gut, okay. So, noch ein bisschen mehr Eisen, aber egal. So, Sulpur haben wir da schon drin. Ein bisschen was. Die Cobblestone kommt eigentlich in eine andere Kiste. Hast du das? Den Dirt können wir hier so. Die Beretta packen wir da mit rein. Die Stickies ruhig auch mal. Der Rest kommt drüben in die Kisten. Irgendwie reingeschmissen. Ich guck die Cobblestone nehmen wir hier mal mit. Dort kann weg das, kann weg das. Die Bücher, wo sind die Bücher jetzt hin? Da. Die packen wir mal lieber. Wir hätten irgendwo, oh, hier können wir schon mal die vergammelte Fleisch reinpacken. Hier können wir die Bücher mit reinpacken. Da packen wir noch diese 64 Pflastersteine. Den Sand packen wir da mit rein. Ich guck mal nicht, dass wir so viele Schwerte haben. Da brauchen wir, packen wir eben zwei Schwerter weg. Oder ne, eins lieber nur. So. Die nehmen wir mit. Dann haben wir hier noch, aber solche Fakten werden wir auch nicht brauchen. Notfalls schrafen wir uns da welche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreulich, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sechzehn, sechzehn Plätze, das sollte doch reichen. Sonst, Notfalls brauchen wir uns eine Basisstation. Wir gehen, glaub ich, in den Dungeon, in dem wir auch, haben wir noch Platz im Melon? Ja, wir nehmen mal schon noch Melon mit. Können wir mal, falls wir, wir wissen ja nicht, 27 Brot ist nicht so viel. Ich weiß auch nicht, ob ich mich, mal gucken, wie lange wir denn überhaupt da verbringen. Hinterher veröre ich mich noch. Ach, das ist, das kann ja durchaus passieren. So. Also wenn euch Fragen war nicht aufgenommen, aber 16.7. So. Einfach mal gesagt. Das heißt, die Folge hier 18.7. oder bin ich schon in der nächsten? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hab ich in der ersten Folge wieder sehr, sehr viel produktive Sachen gemacht. Ähm, muss man einfach auch mal so sehen. So, ich weiß gar nicht, ob der, ich glaub der Mammus gedeiht gar nicht. Wenn wir hier sowieso sind, dann, naja. So, hier war noch irgendwo, waren der jetzt nochmal? Da war hier irgendwo, irgendwo war hier so ein... Ne, das war nicht. Das war so ein Loch. Kann man sagen. Wo man so reingehen konnte, ja. Und statt hier? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube... Wacht mal. Brightness. Wo war die denn? Ja, die Öffentlichkeit ist auf. Okay. Ist das hier der Dungeon gewesen? Ne, ne? Ne, ne. Das war er nicht. Das meinte ich doch. Das war doch eigentlich so ein Loch. Ja. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nicht pervers gesehen, ja. Nicht pervers. Verdammte Scheiße. Jetzt haben sich wieder einige was gedacht, ey. Na. Die Folge wieder ab 18. Ne, natürlich nicht. Aber ich finde die Musik fast ein bisschen leise. Ja, da kann man noch ein bisschen... Kann man noch ein bisschen... So kann man... So kann man fast. Oder? Ne, so kann man... Doch, so kann man lassen. Nein, da wollte ich gar nicht hin. So. Oh, da ist noch Eisen. Hätte ich noch gar nicht mitgenommen. Was haben wir denn da uns beigedacht? Eisen hier mitzunehmen. Kann man denn sowas nicht machen. So. Die Kurde lassen wir mal im Dosis. Die werden wir gleich noch genug finden. Ey, jetzt habe ich mich schon in dem hier ver... In diesem Dungeon-Komplex hier verlaufen, oder wat? Ne, eigentlich nicht. Man muss ja eigentlich nur hier lang. Dann geht's da vorne gleich wieder raus. Raus aus dem Dungeon! Ne, lassen wir das. Aber hier müsste das doch irgendwo... Ich weiß nicht, ob das hier irgendwo war. Nee. Aber so weit weg war das doch gar nicht, glaube ich. Also, das war wohl einfacher erkenntlich, als hier noch nicht dieser... Wo da wieder der Wald war. Der war eher früher. Und dann haben wir ihn abgeholt. Und dann haben wir ihn wieder hingepflanzt. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wo er der Dungeon war. Aber wir werden ihn noch finden. Ich verspreche euch das. Wenn nicht in dieser Folge, dann in der nächsten. Hm. Ich glaube, ich nenne die Folge Auf der Suche nach dem Loch. Auf der Suche nach dem Heiligen Loch. Sollte ich öfters singen? Sollte ich öfters singen? Sagt man das mal. Nein, nein, Bo, sing nicht. Tu alles, nur sing nicht. So. Was haben wir denn hier Schönes? Nix. Nix. Nix ist das neue alles. So war das doch. Aber hier geht's runter. Ist ja erstaunlich. Wahrscheinlich, ja. Das war so logisch. Das ist hier so häufig, dass... Dass man sich denkt, oh, da geht der runter. Und dann, äh, ne? Wie eben. Das war doch gar nicht so weit. Ach, es wird schon wieder dunkel, weil wir den Dungeon nicht finden. Das ist ja... Traurig. Traurig wie die Nacht. Obwohl die Nacht gar nicht so traurig ist, ne? Und ich meine, was töten wir ohne die Nacht? Dann müssten wir ja bei Tageslicht schlafen. Das heißt, das ist... Kannst du ja kein... Kannst du ja keiner mitz... Ah, da. Wir haben es gefunden. So. Also Camo soll ja noch erzählen, aber wir schlafen bei Tageslicht. So.